willkommen zum nächsten call of duty advance warfare multiplayer gameplay und zwar hier auf euren texas heavy tv heute hatte ich eingepackt in meinen koffer die asm1 ausgestattet mit magazinerweiterung schalldämpfer und vordergriff meine extras sind unauffälligkeit windüberwachung hat leider und strahlte vorgesehen sind die angriffsdrohne paladin und die drohne mitgefahren waren und jetzt geht es erstmal hier schön rund eben hat es funktioniert rechts rum wir probieren es wieder kurz abwarten jetzt da kommt schon einer hinten noch ein kollege er hat sich gemerkt sehr schön erst mal raus und vor allen dingen immer nachladen gar nicht so in die stellung rein gehen weil das ist gleich wieder mein verderben und zwar schon erschrocken links ist einer gestorben wo ist der da wird geschossen da liegt einer von oben hat da ist er gleich immer weg hier wenn man sie eingenommen hat so stellungswechsel wie gesagt wir gehen wir ein bisschen weiter außen rum da sind zwei stück links ausgewichen ist klar lecker am start einfach mal verbimmelt dass wir da stand die drohne ist auch gleich da schnell an deckung gehen vor allen dingen schönen platz suchen für unsere angriffsdrohne alle im haus so und ich hoffe dass hier auch was reißt hier alle stehen so oben drin ab nur ich will auch nicht unbedingt das vorbrechen weil wir sind kurz vorm paladin denn hätte ich doch ganz gerne gerade auf der map da macht es bestimmt gut laune mit und fünf und fünf und fünf millimeter kanone da und auch glauben wir haben nicht mal mein kill hier so bei der c flagge keines links läuft einer also wo kommt denn der vogel her da liegt dann das aiming gut mit der maschinenpistole auf die entfernung eigentlich ist er nicht dafür gemacht worden irgendwo ist einer da ist er nächste angriffsdrohne am start gleich hoch aufs dach zünden und nachladen wie sich das natürlich gehört hier macht aber ein paar kids man sie schießt aber kommt nix der hat uns nicht gesehen muss noch einer sein jedenfalls kam mir ein schuss her da war einer ich will mal nicht davon durch die tür eingehen da ist er drohne am start schnell wieder in deckung gehen und natürlich und wieder kurz vom paladin ich will diesen scheiß paladin jetzt das ist ein bisschen sehr offensichtlich hier die position halt da wo kommt also der charlie bringt auf jeden fall was vor allem auf der waffe ja bei den charlie da schneiden sie es nicht wirklich wo der schuss herkommt ich hasse diese bombardierung vor allem wenn es unsere eigene ist weil das ist so kacke wenn die maps so wackelt da ist auch einer angeblich ich ziehe mich jetzt nicht hier läuft eigentlich ganz gut jetzt momentan kann ich mich nicht beschweren stellung gesichert stellung und kämpft und die nächste angriffsdrohne es läuft verbündete angriffsdrohne kommt ja die drohne und den habe ich leider nicht gesehen shit ey was ist denn nur los triffst du auf einen triffst du alle irgendwie hier heute gut ich könnte eigentlich auch mal mit meinem team zusammen rumlaufen aber ich vertraue dem team nicht so weil ich habe in der letzten folge so eine schlechte erfahrung gemacht mit meinem team daher mach ich doch lieber mein einzelkämpfer modus an der hat es gar nicht geschnallt dass wir ihn angehittet haben er ist einfach mal weitergelaufen ach stört doch nicht wenn der texas drauf schießt der hat eh kein aim ey das gibt es doch nicht du klotzst den da ist kein schwein da du drehst dich minimal um und die stehen einfach mal hinter dir ja ich weiß wo das ist fucking granaten ja und da sag ich gar nichts dazu aber wir jimmeln nicht nein wir gehen direkt nach vorne immer hardcore drauf schon wieder da war die ganze zeit keiner du läufst vorbei okay sponnt die genau neben mir ich verstehe es nicht das eigene team kontrolliert das laser Luftverteidigungssystem Feinde haben die Stellung erobert Stellung umkämpf ich glaub es doch nicht eben lief es so klasse also hätte ich den jetzt nicht getroffen dann weiß ich auch nicht da wäre ich glaub ausgerastet hier tief durchatmen tief durchatmen ich hätte den an der jump einfach hoch und hat mich sofort und wisst ihr und er trifft ja skaffen macht's möglich da spricht gleich ein bisschen neid raus sind wir ein bisschen zu teuer die dinge ja so Stellung haben wir so 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 von denen ist draußen jetzt bleiben wir erstmal ein bisschen hier drin nicht dass ich wieder die scheißerfahrung mache da unten ist einer warte ich immer hatte ich so Leben ist wieder aufgeladen und hier muss irgendwo einer sein Oben rennt einer rein keine Arme und die nächste Angriffsdrohne also die Dinger die kommen häufig ist doch ganz gut so manchmal machen sie doch was war nicht gerade hier irgendeiner Stellung umkämpft verbündete Angriffsdrohne kommt Stellung umkämpft Drohne bereit Verbündete Drohne über uns Stellung umkämpft Stellung umkämpft Feinde haben die Stellung erobert Feindliche Drohne über uns Feinde haben die Stellung erobert Feindliche Drohne wir liegen in Führung Stellung umkämpft Stellung umkämpft Verbündete Bombardierung räumt den Weg frei Stellung umkämpft Aufklärungsdrohne Aufklärungsdrohne eingesetzt Aufklärungsdrohne eingesetzt Aufklärungsdrohne 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 3 3 2 3 3 4 5 Untertitelung des ZDF für funk, 2017